So, das ist dann hier unser Haus im Bauhausstil mit einem Garten, ein paar Bäumen, wo man dann weiter geht, ist hier links ein Blumenbeet und rechts ein Pool und noch ein Hund. Wo man dann reingeht, da ist rechts das Badezimmer mit sehr vielen Fenstern, eine Toilette, eine Wanne und ein Waschbecken. Direkt gegenüber ist das Kinderzimmer. Ein Zimmer mit sehr vielen Fenstern, ein Teppich und ein Doppelwett, ein paar Schränken, einen Schrank und so, eine Blume. Dann kommt hier das Wohnzimmer mit einer Küche, eine schöne offene Küche, wie für ein Baumhaus, ein paar Schränken, einen Tisch zum Essen, ein paar Bildern. Hier im Wohnzimmer, so eine Couch und mit einem Fernseher und noch überall Lichter mit Schaltern. Dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer der Eltern und mit ein paar Büchern hier und Drohnen und so und ein riesiges Fenster. Dann haben wir hier noch eine Bibliothek und ein paar Bücher, die kann man hier noch hinsetzen zum Lesen. Hier geht es ein in den Stall mit ein paar Tieren. Nur in den Fackeln und ein paar Fenstern. Und das war die Präsentation von unserem Bauhaus.